Ich finde, Energie ist wichtig, ist interessant, weil Energie ist immer eine offene Form. Es ist auch schlechte Energie. Es gibt gute Energie, positive Energie, negative Energie. Aber das ist auch Energie. Das Problem mit der Qualität ist eine Skala, die nur gegen oben geht. Das ist eigentlich nicht interessant. Sehst du dich als Zeremonienmeister? Nein, ich sehe mich als Künstler, Arbeiter, Soldat.